mit zweihänder die klinie sieht auch edel aus muss man sagen voll fett daneben geschossen bist du ruhig mit zweihänder die klinie sieht auch nicht und schlafen legen der Raum wirkt interessant gebaut in einer natürlichen Höhle noch mit dran man sieht es hier Wasserfall da eine Truhe woher an denn Tür, geh auf folgen diesem Wasserfall dem kleinen fließenden Bach nicht schlecht Schimmerpilze, die nehme ich mal mit hier schaut es ja aus sehr schön das ist mal nett so zwischendrin was, oh, Eisenerzader da neben eine Spitzhacke gut, dass wir schon eine mithaben mehr als eine kann ich eh nicht nutzen Schimmerpilze lasst uns über die Wirkung ausfinden Namiras Fäulnis Nürnwurz Schimmerpilz Blitzresistenz Ausdauer wiederherstellen Schlammkrabben, Chitin Spinnenei Ausdauer senken Kobold Schimmel Hier erfahre ich gerade wieder alle Wirkungen auf einmal Einmal Heilung bitte Halt, ich höre was Ich höre so Da will ich noch einmal schnell speichern Da jetzt rausklettern Link könnte es Aber vier Ach, sag bloß Ihr habt mich bemerkt Ich wollte schon sagen Das ist doch ein schlechter Witz jetzt Naja Da fließt es runter Was haben wir hier unten? Was sie die ich runtergeschossen habe Tja Da ist eine tote Ratte Und noch eine Truhe Auch die hätten wir geknackt So Ich gehe noch mal nicht so stürmig Warte mal Was haben wir hier? Hier wird es wieder mehr gewölbig Mit Wölbungen Oh Da bewegt sich was Im letzten Moment Abgewährt Die nächste verschlossene Truhe Jawohl Also Einfach habe ich jetzt aber keinen weiteren Platz zum Schlafen dass ich den Level aufsteigen könnte Müssen wir so zurechtkommen Das ist wieder so eine Klingenfalle Da mache ich jetzt aber was Da wecke ich erst mal die schlafenden Ungetüme Autsch Boah natürlich Knochenbrecher Fieber Ernsthaft Dadurch Nö Weißt du Das sehe ich nicht Gut dass ich mir diesen Trank da gekauft habe So Lipp Püff Daneben Na Wusstest ich hätte erst auf den Schießen sollen Wow Amulett von Akatosh Kann man da In Erwägung ziehen Ja Hier ist sonst nichts weiter Aber Fressen sollte ich immer wieder Dazu Automaten hinterher Noch mehr Wie viel muss man denn Fressen Ist doch nicht wahr Und weiter Oh Die Eisentür Interessante Wandmalereien Und hier haben wir eine Tür Mit einem Mechanismus Würden wir es jetzt einfach mal so aktivieren Passiert Passiert nichts Ne Ich dachte Ich bin extra jetzt zur Seite gewichen weil Ich habe immer mit Geschossen gerechnet Nein Des Rätsels Lösung liegt halt nun mal in der Klaue Und das zeige ich euch jetzt Schaut her Es ist von oben nach unten ein Bär Ein Schmetterling oder was soll das sein und Neule abgebildet Dementsprechend müssen wir jetzt die Ringe so drehen Ich glaube hier war es sogar so bei jedem zweimal Und so haben wir das richtige Ergebnis Also tun wir die goldene Klaue nochmal ins Schlüssel rein Die Tür öffnet sich Und dahinter befindet sich Nein mein Herzblatt sitzt bei mir im Raum Ich hätte jetzt sonst gesagt Falls jemand von euch überhaupt die Sendung noch kennt So Welche Gefahr lauert hier Weshalb man uns davor bewahren muss Interessant sieht's hier schon aus Ich rüste mich mal für den Nahkampf Es wird hier dunkler Eine Stimme ruft nach mir What Alles klar Den gilt es jetzt zu bekämpfen Auch wenn ich grad ziemlich lahmarschig bin Wow Da will die Er will mich aus dem Gleichgewicht bringen Es gelingt dem nicht Stattdessen mache ich es andersrum Aber da haben wir den Drachenstein 25 Gewicht natürlich Die Armen sind noch nicht mal alle Altes Nordschwert der Kälte Äh doch nicht Ah die wiegen doch nichts Nordstahlpanzer Handschuhe jetzt schon Eisenstiefel des Hebens Das Gold nehme ich mit Eisenpanzer Ich lege die Eisenpfeile mal ab Ich trinke noch mal ein paar Tränke einfach nur um Platz zu schaffen Gut Hier haben wir offensichtlich alles was wir wollten Na nicht ganz Schauen wir uns nochmal hier ein bisschen um Ich sehe eine Truhe Gucken wie ich da hinkomme Eisenbarren Überher damit Auf der anderen Seite gucken wir auch nochmal Da ist aber nicht drin außer nur Geld Hier ist ein Griff Da ziehen wir Die Steintür geht auf Das Ding mitnehmen Nö Das sieht gut danach aus als geht es hier raus Zaubertrank des Ritters vom Familienritter oder was Arkay Arkay ist der Gott der Begräbnisse Ach komm Wie auch immer Wir sind draußen Hier ist die Luft äußerst kalt Nach Spitze Wir kommen Hier oben raus Hauptsache hier an dem schönen See Und es ist auch schon Nacht Der Mond steht groß am Himmel droben Aber ich bin heute des Abenteuils müde Ich sage euch Die Mission werden wir in der nächsten Aufnahme abgeben Das heißt den Drachenstein zu fahren Ja Den ursprünglichen Besitzer der Goldenen Klaue den finden auch noch Aber heute nicht mehr Ich verabschiede mich von euch und sage Bis zum nächsten Mal